Einen bezaubernden guten Tag, meine Damen und Herren. Was geht? Heute bekommt ihr den ersten Eindruck von Drova. Ein absoluter fucking Banger. Übegeites Game. Also es macht richtig viel Spaß. Ich habe es jetzt im Stream so drei Stunden gespielt. Also bin quasi noch so ein bisschen, man könnte sagen, im Tutorial, im ersten Kapitel. Es ist ein RPG und was am besten als Vergleich bisher passt, das kann natürlich jeder anders sehen, das ist natürlich klar, ich gönne mir hier noch ein bisschen Kaffee, ist Gothic, Gothic in 2D. Es ist auch ein deutsches Entwicklerstudio tatsächlich und es ist ein Spiel, wo ihr in die Welt geschmissen werdet. Euer Dorf hat quasi ein Kristall gefunden, der Kristall führt nach Drova. Wir sind dahin, wurden dahin gejietet, also da rechts oben sind wir quasi gestartet und in diese Welt gelangt und diese Welt ist hart. Die Welt ist super hart. Wir haben klassische RPG-Elemente, wir haben Kleidung, wir haben ein unendliches Inventar, ganz, ganz wichtig, okay? Ganz wichtig, Leute. Wenn ihr selber mal Spiele programmiert, lasst das scheiß Gewicht und den ganzen Kack weg. Okay, macht's unendlich. Das nervt sonst nur. Und hier hat man quasi alles richtig gemacht. Das bedeutet, wir haben hier klassische RPG-Elemente, wir haben Ringe, die geben uns Stats, wir haben Rüstung, wir haben Waffen, wir haben zwei Waffenslots, wir haben Ranged Weapons, wir haben Melee Weapons, wir können quasi dual wielden, bei dem Sperr zumindest, wir haben ein Schild, es gibt verschiedene Waffentypen, bisher so vier und all der gute Jazz, der natürlich hier gern gesehen ist. Die Besonderheit an der Welt liegt nur darin, dass es so ein bisschen open-worldig ist, also man hat auf jeden Fall Optionen und gerade am Anfang sagt ihr das Spiel, du bist ein Stück Scheiße, also geh nicht überall hin, wo ein Stück Scheiße sich probably unwohl fühlen würde oder halt schnell drauf geht. Ihr seht schon anhand der Gegner, wie viel Schaden sie mir machen und wie viel Schaden ich denen mache, dass wir einen harten Combat vor uns haben. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr punishend, wenn du Fehler machst und dich in Gebiete traust, die du dir lieber nicht annehmen solltest, dann wirst du einfach komplett zerstört. Und ich selber muss jetzt auch so ein bisschen in den Concentration-Modus gehen, damit ich hier diese Wölfe auch actually besiege, weil hier will man sehr, sehr gut ausweichen. Also das mache ich gerade extrem schlecht. Oh shit, falsche Richtung. So, wunderbar. Wir haben ein gewisses Ausdauersystem, was auch wichtig ist, das quasi einzuhalten. Sonst seid ihr instant tot. Okay, es ist wirklich nicht leicht. Wir lassen die jetzt hier chargen. Und ja, also sogar ein Double Kill. Geil. Also ihr seht schon, wir kriegen XP, wenn wir Gegner töten. Die Gegner kommen nicht zu schnell wieder, habe ich das Gefühl. Also die Welt erneuert sich irgendwann. Scheiße, habe ich da wieder jemand gesehen? Tatsache, da sind noch mehr Gegner. Sehr, sehr anstrengend. Naja, und das Gothic-Thema mit den Entscheidungen und die Konsequenzen, die man treffen kann, ist sehr, sehr gut getroffen. Wir sind hier in der neuen Welt. Also wenn man schon allein ins Menü geht, na, und dann quasi sieht, dass es hier verschiedenste Quests gibt. Und vor allen Dingen auch menümäßig. Es gibt verschiedene Fraktionen. Leute. Das heißt, man kann sich wieder einzelnen Gruppierungen anschließen, was natürlich auch seine Konsequenzen hat. Na, man kann Handlungen quasi überdenken. Das bedeutet, ich spoiler mal, so ein bisschen die erste Mission, oder die erste Question im Spiel. Das heißt, wir sind in so einem Holzfällerlager angekommen. Und da war die große Problematik, dass man, dass es quasi so Einbauten gab, wo man Nahrung lagert, würde ich mal sagen. Und da wurde man beklaut. Und den Dieb konnte man nachts erwischen. Der hat einen auch nicht sofort angegriffen oder sowas, sondern er hat dann eher gesagt, halt mal deine Fresse, ich mach hier mein Ding und du nervst mich nicht. Aber wenn man dann mit dem redet und ihn verfolgt, dann merkt man, ah, der wurde eigentlich nur vertrieben, der will eigentlich gern Arbeit haben. Der wurde da nicht akzeptiert. Also die easy Lösung, ihn zu töten, hätte bestanden. Aber es hat natürlich auch viele positive Konsequenzen, wenn man tatsächlich Gegner oder Situationen, sag ich mal, freundlich löst. Mit den entsprechenden Konsequenzen, dass natürlich tote Charaktere auch nicht mehr viel machen können. Also das ist sehr, sehr geil. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist nicht vertont, muss man sagen. Also wenn ihr, wenn ihr lesen wollt, seid ihr hier genau an der richtigen Adresse. Ne, das muss man so ein bisschen bedenken. Oh, dass der getroffen hat, war sehr unlucky. Und man hat jetzt natürlich noch die Möglichkeit, auch sich besser auszurüsten. Also wir sind, wir sind ja, glaube ich, in der Gegend, wo wir, wo wir vielleicht im Early Game jetzt lieber nicht sein sollten. Deswegen müssen wir schon gut aufpassen, wie wir hier vorgehen. Und ich bleibe dann entsprechend vorsichtig. Wichtig zu den Waffen, ich habe bisher vier Melee Weapons und ich glaube noch eins, zwei Range Weapons gesehen. Also so ein bisschen Variation ist da, aber bisher noch nicht so überragend viel. Ihr kriegt aber später dann Fähigkeiten und Spells, die auf jeden Fall durch Fokus quasi aufgeladen werden können. Das ist mehr oder weniger die weiße Bar. Ne, so eine Art Mana Bar. Der ist jetzt leider verblutet, das heißt, wir kriegen keine XP. Das ist ein bisschen anlagig gelöst, würde ich nur sagen. Ne. Und wir haben natürlich die klassischen Elemente, wie Handwerk. Wir können also Dinge finden, wir können hier an einer Werkbank Dinge tun. Wir können Fallen craften, wir können Essen machen, natürlich nur an Feuer stellen. Ne. Also es ist sehr, 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 sehr klassisch gehalten. Ne. Und macht diesbezüglich auch wenig falsch. Ne. Hier haben wir zum Beispiel noch Silbererz gefunden und noch einen extra Spell. Die Spells sind, das sind so Schriftrollen. Die sind dann quasi einmalig. Kennt ihr vielleicht auch von Baldur's Gate. Ne. Dass man diese dann verfeuert. Das Spiel ist auch sehr anfängerfreundlich, in dem Sinne, dass es halt sagt, hey, du solltest dich lagern, du sollst dich loot horten, benutze Sachen, die du findest. Just do it. Und das ist ein sehr guter Tipp gewesen. Es ist wirklich nicht leicht, diese Fights zu überstehen, weil man kann leveln und man kann Stats verteilen. Dazu komme ich auch gleich noch, weil das natürlich auch eine sehr, sehr interessante Idee vom Game war oder ist. So, gegen die sind wir natürlich ein bisschen stärker. Das sind so eigentlich die Gegner, die man jetzt am Anfang fighten sollte. Die dann aber natürlich auch ein bisschen weniger Stats geben. Genau. Bezogen auf die Interaktion mit der Welt ist man auch sehr, sehr ehrlich. Das bedeutet, wenn du klaust, wenn du mit einer erhobenen Waffe durch eine Gegend rennst, wirst du sofort gewarnt. Also Leute, zehnt die Waffe, das glaubst du gar nicht. Wie schnell die das machen. Die sehen dich, die hassen dich, die versuchen dich da sofort umzubringen. Die Feuerstelle nutzen wir mal und machen hier mal einen wundervollen Eintopf. Genau. Also sehr viele Dinge, die ohnehin schon funktionieren und in eine sehr, sehr schöne 2D-Welt verpacken. Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht so viele super neue Dinge gesehen, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist jetzt crazy innovativ. Muss aber auch nicht sein. Also mich stört es auch gar nicht, dass es so ist. Was mir gefällt, ist das Nahrungsmanagement. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir kennen es ja, ihr habt es ja gesehen, ich habe so Pflanzen gegessen und man sieht es hier, das hat 20, das hat 30 und so weiter und so fort. Dann gibt es Pflanzen, die kann man leveln. Dann kriegst du Geschicklichkeit zum Beispiel. Also es gibt hier noch nicht so viele Stats tatsächlich. Aber es macht trotzdem Spaß. Das hier ist übel geil gemacht. Du kannst hier so Eintöpfe machen und Nahrung managt jedes Game unterschiedlich. Einige sagen, okay, das healt einfach nur oder du kriegst noch ein bisschen Bonus-Stats und das für eine gewisse Zeit. Hier ist es so, den Eintopf machst du, den isst du und jetzt siehst du da die 160. Er heilt jetzt, jedes Mal, wenn mir Leben fehlt, heilt er. Das bedeutet, wenn ich volle HP habe, bleibt der Buff einfach stehen. Ich mag das nicht, wenn ich so Nahrungs-Buffs bekomme und die nach 5 Minuten vorbei sind und du hast dann so eine Art Zeitdruck oder empfindest eine Art Zeitdruck. Hier ist das übel geil gelöst. Du snackst das Ding und alles ist chillig. Alles ist gut, alles macht Spaß. Und man hat da gar keine Probleme. Muss aber auch so gelöst werden, weil die Welt wirklich sehr hart ist. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel einmal so in diesen Busch reinlaufen, wir kassieren einfach 7 Millionen Schaden, bluten eine halbe Stunde, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr wild gelöst auf jeden Fall. Bezogen auf die Waffen haben wir, wie gesagt, noch so Schwerter gibt es. Es gibt Äxte, die haben natürlich dann viel Haltungsschaden, sind sehr langsam. Der Speer ist so eine gute mittlere Lösung. Viele im Chat haben gemeint, dass ihnen die Dolce viel Spaß gemacht haben, weil die natürlich recht schnell angreifen können. Aber man staggert in diesem Spiel, und das ist halt so ein wichtiger Faktor, recht wenig. Okay, das bedeutet, wenn du dich prügelst, dann musst du dich auf harte Gegenwehr einstellen. Okay, die Leute, die machen dich. Die hauen dich. Die sind gefährlich. Das ist total gestört. So, Orientierung gibt es natürlich. Wir haben hier so eine Karte, aber wir haben hier auch einen Charakter, der zum Beispiel auch uns eine Karte verkaufen könnte. Also die Leute machen dann quasi Notizen und Markierungen. Man kann auch so Tinte kaufen, damit man selber Markierungen auf der Karte machen kann. Also irgendwie schön und interaktiv gelöst. Was ich aber euch jetzt zeigen will, ist noch ein bisschen mehr Combat, bevor wir dann zu einem anderen Teil kommen, der mir ebenfalls sehr wichtig ist. Das bedeutet, ich habe schon sehr viel gespielt, aber ich bin so ein Reload-Scammer. Das bedeutet, ich habe eine Situation erlebt, die ein bisschen unlucky war. Wir werden jetzt also hier einen Mord aufklären. Das heißt, eine andere Sache, die in dem Spiel noch ist, ist so eine Art Witcher-Modus. Man kann hier so ein Auge aktivieren. Dadurch sieht man Spuren. Und da sieht man schon, dass eine Leiche da ist, die verwesst bereits. Das heißt, man kann die Leiche durchsuchen. Boom. Man kann aber auch sagen, man kann aber auch untersuchen. Und da sieht man schon, was da so passiert ist. Also so grob. Wir haben jetzt hier noch einen alten Speer gefunden. Das ist leider kein guter Speer. Also wir haben schon einen Speer dieser Art. Naja, und auf jeden Fall kann man quasi hier... Ups. Ne, das wollte ich nicht. Steck den mal bitte weg. So, man kann sich ja quasi so ducken, aber man kann so den Spuren folgen. Und jetzt werden wir quasi die beiden Mörder finden. Die werden wir jetzt kurz fighten. Ich speichere mal zur Sicherheit, weil wie gesagt, ich... Ich habe mich sehr geärgert, dass eine kleine Sache passiert ist. Das bedeutet, ich... Wir werden jetzt hier was finden. Hier ist jetzt so ein normaler Mensch, der uns auch sofort angreift. Also der ist absolut sauer. Das ist jetzt ja quasi PvP. Und es ist sehr, sehr schwer. Aber ihr seht schon, man kann jetzt nicht einfach auf den schlagen. Und der ist dann einfach easy gestagert oder so. Sondern der wehrt sich schon teilweise sehr doll. Okay, jetzt kommt hier so ein Kick. Boah, diese Ranged-Attacke ist natürlich turbo-nervig. Die haben wir nicht. Also wir können auch Speer und Schleuder spielen. So, der macht dann immer so einen Dash. Ihr seht ja schon, dass er selber nur noch mehrere Tags macht. Aber wir versuchen ihn quasi aufzuschlitzen. Debuffs gibt es übrigens auch. Also ihr seht es, dass der Gegner hier quasi blutet. Das liegt daran, dass ich hier so Fokuspunkte mit Angriffen aufladen kann. Und dann kann ich quasi so das Spell-mäßig entladen. Oder halt Hardcore verfehlen. Die gelbe Leiste könnt ihr auch sehen. Den Gegner kann man auch betäuben. Was natürlich auch sehr, sehr nützlich ist. Und entsprechend dafür sorgt, dass wir die Orts in unseren Favor kriegen. Weil der hält halt immer übel viel aus. Also das ist einfach schlichtweg unnormal. Ausrüstung ist halt sehr, sehr wichtig. Und es steigert sich massiv. Aber wir werden jetzt gleich bezogen auf Ausrüstung gleich noch etwas erleben. Was ich euch unbedingt... Fuck. Falsch das gerückt. Nein. Ich hab den Spar noch nicht, weil ich dich nicht treffe. Scheiße, ich bin so blind. So, wunderbar. Da sammeln wir alles ein. Sein Material brauchen wir nicht. Heilen müssen wir uns by the way auch nicht. Weil unsere Trankheit ging. Man kann ja auch Betten suchen und schlafen. Das geht auch. Also damit könnte man sich, glaube ich, auch healen. Aber ich übertreibe es nicht mit dem Schlafen, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwie was von der Welt verpasse. So, da ist der andere Typ. Ich hatte eine sehr lustige Situation im Stream, weil der war da in dem Zelt da drin. Und den habe ich nicht gesehen. Und das Erste, was er gemacht hat, ist mir einen Crit zu verpassen. So, aber der ist sofort aggro. Na, das bedeutet, wir versuchen natürlich da so ein bisschen Abstand zu halten. So, der macht hier einen Heavy Attack. Das können wir auch. Also wir können auch aufgeladene Angriffe machen. Na, die dann natürlich auch ihre Vorteile haben. Aber ihr seht schon, dass ich natürlich da nicht unfehlbar bin. Und bisher ist mein bester Spell, quasi meine Zweithand zu nutzen. Also wir haben hier quasi... Wir können dual wielden. Wir können auch ein Schild tragen. Und dann natürlich entsprechende Angriffe abwehren. Aber Schilde tragen heißt auch, mit der Ausdauer umzugehen. Und bisher habe ich das Gefühl, dass effizientes Rennen eine sehr gute Methode ist. Der Rest kostet aber super viel Ausdauer. Also das muss man alles gut beachten. Sonst kriegt man sehr hart aufs Maul. So. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich hier zu früh bin. Weil das Spiel gibt quasi kurze Warnungen. Also einer der Main-Charaktere, würde ich mal sagen. Oder derjenige, der uns am Anfang so ein bisschen unterstützt. Weil wir sind ja quasi alleine in die Welt gespawnt. Wir haben doch ein paar Leute verloren, die wir kannten. Und diese Menschen haben dann gesagt, Bruder, du kommst nicht vom Weg ab. Na, weil wenn du nicht auf dem Weg bleibst, kriegst du safe, übelste Sorte auf die Fresse. Na, nicht nur, weil die Fauna natürlich entsprechend anstrengend ist. Sondern, also eigentlich alles. So, wunderbar. Das heißt, den haben wir hier outplayed. Wir sind einfach ein bisschen zu schwach für den gerade. Aber, oder vielleicht ist der Combat auch anders. Ich habe jetzt noch keinen Parry hier gefunden. Aber es gibt auch quasi einen Schild- und Schwert-Playstyle. Jetzt können wir hier schlafen und uns ausruhen. Wir können uns aber beklauen. Und wir haben das Ding hier. Und das ist auch in dem Game interessant gelöst. Open World bedeutet ja, ich kann überall sein. Ich habe Freiheiten. Also, er hat aber auch die Problematik, wenn du was zu krasses findest, zu early, bist du auch zu stark. Na, und das Ganze hat man jetzt so ein bisschen gecountert, indem man halt sagt, hey, du hast ja eine krasse Axt gefunden, Alter. Die macht, also du musst dir vorstellen, die macht 41 Schaden. Das ist 33 mehr als unter aktueller Speer. Also, er macht 8. Also, er ist einfach aus Pappe. Ich kann natürlich eine andere Axt noch aktuell führen, die so ein bisschen mehr Damage macht. Aber die Attack-Speed ist einfach bei 0. Und diese Axt, Leute, die ist selten. Und die behaltet ihr bitte, okay? Das möchte ich sagen. Das ist der Grund, warum ich neu geladen habe, okay? Ihr könnt hier übrigens einen anderen Spielmode auch zocken. Also, ihr könnt hier auch so zocken, dass ihr zum Beispiel nicht speichern könnt. Also, dass das Spiel gespeichert wird offensichtlich. Aber halt eher nach Progress. Und nicht nach, hey, guck mal, ich lade einfach neu, wenn es mir nicht gut geht. Nicht, dass ich das machen würde, aber natürlich mache ich das. So, wir gucken jetzt mal kurz. Wir können hier die Karte da unten, wie ihr seht, schon nicht erkunden. Wir haben aber rechts in dem Holzfällerlager angefangen. Und jetzt gehen wir hier nach links. Und gehen quasi in die, also in eine Gegend, wo sich eine andere Fraktion quasi gebildet hat. Oh, das ist gut. Das werden wir hier raiden. Und diese Interaktion zwischen den Fraktionen ist sehr wichtig. Das heißt, im Holzfällerlager waren Leute, die haben gearbeitet. Das Holz wird quasi an die Stadt geliefert. Es gab ein Erdbeben. Dadurch ist ein Zufahrtsweg quasi kaputt gegangen. Das ist dann problematisch, weil du kannst dann dich nicht mehr von der anderen Stadt versorgen lassen. So, wie es im Mittelalter ja manchmal ist. Wir haben übrigens noch combatmäßig auch andere Möglichkeiten. Also, ich habe auch zum Beispiel noch Items, die ich benutzen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel noch Giftpfeile oder ähnliches schmeißen. Und die sind aber bisher noch nicht so stark. Was hingegen wirklich cool ist, sind Fallen. Also, Fallen sind absolut geisteskrank. Du kannst da Leute fünf Sekunden routen und so. Also, sehr, sehr stark. Aber wir haben halt kein Damage aktuell. Also, das Spiel setzt schon sehr darauf, dass die Gegner, die ihr fightet, alle, sage ich mal, meaningful sind. Man darf da nicht übertreiben. Hier haben wir übrigens gerade gekrittet. Und ein Crit sorgt dafür, dass wir quasi Emo-Blutung auslösen. Und der hängt von unserer Crit-Chance ab, die ihr dann leveln könnt. Aber das zeige ich euch gleich. Weil ihr seht ja schon, dass die ganze Zeit so ein weißer Pfeil da oben ist, der sagt, ey, level mal. Und leveln funktioniert ja nach einem sehr alten System. Und zwar nach dem System des Lehrers. Das bedeutet, hier müssen wir tatsächlich Leute finden, die uns Dinge beibringen. Aber es gibt auch quasi Zwischenereignisse. Zum Beispiel haben wir jemandem geholfen. Und haben quasi so Holz gehackt. Und währenddessen so ein bisschen mehr über die Welt erfahren. Und die Holzhackung hat nicht nur uns Informationen gebracht und so ein bisschen Interaktion auch mit den Bewohnern. Die freuen sich natürlich auch, wenn du mit denen was machst. Sondern was noch entstanden ist, ist plus eins Stärke. Wir haben dann auch actually Stats bekommen. Weil wir haben ja krass Holz gehackt. Also solche Ereignisse gibt es dann quasi zwischendurch auch. Was ich sehr cool und sehr gut gelöst finde. So, ich will hier sehr vorsichtig bleiben. Und deswegen könnt ihr schon sehen, dass ich hier nicht optimal kämpfe. Der Haltungsschaden von der Waffe ist natürlich jetzt nicht so hoch. Aber dafür ist dieser Attack hier. Der ist wirklich sehr stark, wenn einmal um sich durchkommt. Nur die Schnäbel von denen sind aber auch leider sehr, sehr spitz. Ich mache übrigens, ich kriege vor allem jetzt keine Ausdauer, wenn ich normale Auto-Tags mache. Was sehr interessant ist. Aber dieser Move kostet. So, 60 XP ist noch sehr viel. Also für Quests kriegen wir aktuell so 150. 100 bis 150. Das heißt, hier haben wir uns auf jeden Fall nochmal gut versorgt. Die Eier klauen wir actually nicht. Aber man kann die Boote noch untersuchen. Das heißt, hier gibt es eine Muschel. Und hier gibt es noch mehr Rundholz. Kommen wir uns auf die Karte. Ja, sind hier in einer guten Position. Hoffe ich zumindest. Kann ich hier hoch? Kann ich hier doch angeln. Aber wir haben noch keine Angel-Ausrüstung. Deswegen geht das noch nicht. Sind also einen kleinen Umweg gegangen. Die gehen aber nochmal hoch. Und versuchen jetzt natürlich so ein bisschen menschliche Interaktionen in das Gameplay zu kriegen. So, man kann auch mit den Katzen reden und sowas. Und die streicheln. Es gab auch eine Katze, die uns anscheinend auch verstanden hat oder so. Die uns quasi zugehört hat. Ich konnte quasi sagen, nick mal, wenn du mich verstehst. Das ist irgendwie süß gelöst. So, genau. Also hier mit denen haben wir schon geredet. Das ist das Ruinenlager. Das ist quasi auch eine der Fraktionen. Und ihr seht schon, dass wir hier zum Beispiel nicht wissen, wie die heißen. Und, äh, keine Ahnung, worin geht es hier denn? Sehr gut. Ach, hier geht es in das obere Viertel. So, und jetzt könnte man zum Beispiel schon überlegen, ne, ob wir uns quasi, ob wir die in irgendeiner Form überzeugen. Ne, oder ob wir da aggressiv reagieren oder sowas. Würde ich jetzt erstmal alles nicht machen, weil die Fights sind für mich jetzt sehr, 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 sehr anstrengend. Und ihr seht schon, dass wir von den Leuten den Namen nicht wissen. Aber, wenn wir mit denen reden, dann stellen die sich meistens vor und dann erfahren wir die auch. Und dann können wir einfach Dinge besser zuordnen. Hm. Der nächste Punkt, der mir sehr gefällt, sind Läden an sich. Ich weiß, dass es so Spiele gibt wie Diablo, wo Läden völlig useless sind. Okay. Hier ist es immer noch so, dass es hier Gegenstände gibt, die wirklich sehr stark sind. Also, das merken wir dramatisch. Angriffsschaden plus 17. Also, wir haben, das ist jetzt mal eine richtige Waffe. Ne, auch diese Waffe kümmert es theoretisch hoch und dann hätten schon einen deutlich besseren Sperr. Ne, der stumpfe Sperr wäre besser. Der verbogene Kack-Dreckssperr wäre besser. Und hier, äh, genauso. Kostet relativ viel. Und hier müssen wir natürlich wieder mit Handel arbeiten. Was es cooles gibt, ist allerdings dieser Button hier. Müll zum Warenwert hinzufügen. Das bedeutet, hier kann man sehen, diese Muschel und die ganze Scheiße, die eh nur verkauft werden kann, ordnet der automatisch hin. Na, das heißt, wir haben hier quasi so eine Art Autoverkauf. Und wir verkaufen jetzt auch all unsere Waffen. Das heißt, wir verkaufen die Axt, die provisorische Axt, die Kieferachs, die Axt von einem Kumpel. Holzspalter nicht. Weil damit kann man Holz spalten. Also, bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist, den zu verkaufen. Und die Bogen behalten wir auch. Weil hier könnt ihr schon sehen, der Bogen macht auch übeldummen Damage. Aber es hat halt ein Munitionssystem. Wahrscheinlich ist man deswegen da so ein bisschen vorsichtig. So, wir handeln. Wir gleichen das Ganze finanziell aus. Und ich würde gerne einen besseren Speer auf jeden Fall holen wollen. Ich weiß nicht, ob ich den billigen erstmal hole. Aber es ist halt plus vier. Das sind halt 50 Prozent mehr Schaden. Da ist halt übel viel. Finde ich. Aber wir sind nicht weit weg von dem anderen. Also, lassen wir das erstmal. Also, jetzt kann man mit den Leuten reden. Man kann mit denen interagieren. Man kann rauskriegen, wie die heißen. Manchmal haben wir auch noch Quests. Also, hier sind einige, die haben quasi nur Ausrüstung. Es gibt Rezepte, die man lernen kann. Die man dann selber handwerklich herstellen kann. Und, 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 und. Also, es ist wirklich geisteskrank, wie viele Möglichkeiten hier bestehen. Allerdings habt ihr ja schon gesehen. Leveln ist eine weirde Problematik in dem Spiel. Und diese Weirdness wollen wir jetzt so ein bisschen auflösen. Wir werden hier mit allen reden. Keine Sorge. Ich habe auch schon hier mit den ein oder anderen kennengelernt. Wen ich aber kenne, sind hier oben. Hier sind quasi Krieger in dieser Arena. Na, ich habe hier noch nicht super viel kennengelernt. Die machen jetzt alle ihre Spells und schreien hier rum. Das tut mir jetzt schon übelste Sorte leid. Aber wir haben hier jemanden, der, äh, ja, die ungeschlagene Ader heißt. Und wir können jetzt mal fragen, wie wir denn kämpfen können. Und vor allen Dingen hier ist wichtig, hier können wir jemanden fragen, kannst du uns was beibringen? Na, und wir wollen Dinge quasi über den, über den Speer lernen. Und das geht halt nur mit Lehrern. Das heißt, es gibt so am Anfang so Papplehrer, will ich mal sagen. Die so einfache, dir quasi einfach nur Stacks geben können. Na, oder die können tatsächlich dir, äh, aktive Dinge beibringen. Wie zum Beispiel, dass wir einen Speerfokus haben. Na, noch nicht erlernt. Noch nicht erlernbar, weil unsere Grundkraft ist bei 25. Reicht also nicht aus. Wir gehen also in Geschicklichkeit. Wir leveln um eins. Na, und jetzt kann man schon sehen. Zack, jetzt bin ich beweglicher geworden. Habe jetzt einen Lernpunkt ausgegeben. Und kann das jetzt ebenfalls lernen. Für drei Punkte allerdings. Das ist ja so einfach entsprechend teurer. Plus, dass die Leute hier rumschreien, wie die Geisteskrank. Ich muss mal ein bisschen leiser zu machen. So, das heißt, wir haben jetzt mehr, äh, Speerkraft. Und wir können jetzt einen neuen Spell auswählen, der natürlich jetzt mehr kostet. Aber mal gucken, wie er sich macht. So, als nächstes, äh, haben wir die Möglichkeit, den, äh, mit einem einfachen, äh, Speerkampf, wenn wir den schon beherrschen, die Waffe giftig zu machen. Was ich sehr, sehr geil finde. Also bin ich immer ein sehr, sehr großer Freund von. Dass man quasi so eine Art On-Hit hat. Aber nur bei Crit, das habe ich ja sehr spät gewusst, dass natürlich Geschicklichkeit gibt Crit. Und Stärke gibt Damage. Na, aber mit Crit sind anscheinend die Synergien da. Das heißt, wir stecken da mehr Punkte rein. Es sind sehr wenig Punkte. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Aber du willst ja als Charakter wachsen und stärker werden. Du willst es ja auch, äh, soll ja auch quasi spürbar sein. Solche Sachen soll du übrigens nicht wegnehmen. Ja, wir werden, wir werden sehr sauer. Äh, wenn wir entsprechend die, die Leute beklauen. So, jetzt lernen wir hier, oh, der hat keinen Kopf. Jetzt lernen wir erstmal den Kollegen kennen. Das ist nämlich so ein bisschen der, der Leiter der ganzen Sache. Und wir fragen jetzt, ob wir quasi auch kämpfen können. Der rotzt erstmal auf dem Boden. Nein, das könnt ihr da alles selber lesen. Im Prinzip ist das die Kurzfassung, äh, dass wir natürlich auch ein bisschen Spaß an der Arena haben wollen. Aber jetzt bemerkt haben, dass jetzt ein, äh, Kampf bevorsteht. Und das bedeutet, ich soll, äh, mit den beiden reden. Mit den beiden Kämpfenden. Und, äh, gucken, wie, wie der Kampf quasi läuft. So, und dann kommt die Aester. Oder Esther. Äh, wir kommen einfach selbstbewusst mit. Die will sagen, hey, komm mal mit. Und die will jetzt den Kampf manipulieren. Auf sehr fiese Art und Weise. Das bedeutet, hier gibt es, also sie will quasi den Wetteinsatz manipulieren, indem sie, äh, den ständigen Verlierer so einen großen Vorteil gibt, dass sie auf den übelsten Loser setzt. Und der aber diesmal den, den Win holt. So. Das bedeutet, äh, das ist natürlich illegal. Wir machen das einfach mal. Und das Schöne ist jetzt, wir sind immer ganz ohr. Na, das bedeutet, hier werden Wetten abgeschlossen. Äh, ich verstehe das absolut. Das habe ich vorhin alles schon im Stream gemacht. Nur diese Scheiß-Axt, die ich jetzt geholt habe. Diese übelst starke, die ich noch nicht führen kann. Die habe ich verkauft. Die war doch sehr, ähm, sehr relevant leider. So, wir fragen erstmal, ob die ein Problem hat. Nö, hat die nicht. Also ist alles cool. Das heißt, ich werde mich darum, äh, kümmern. So, das heißt, der Beatty. Der Beatty. Den werden wir jetzt gleich mit ihm reden. Der kriegt Essen von Tia. Na, das Essen werden wir manipulieren. Das werden wir quasi vergiften. So, und dann müssen wir dafür sorgen, dass, äh, der andere Typ gute Chancen hat. Und das ist übel geil. Das heißt, wir können mit denen reden. Und jetzt kommt der interessante Faktor, den ich halt, den ich als gut und realistisch, äh, empfinde. Wir reden mal ganz kurz noch mit ihm. Ach, das ist Feigen. Okay. Ich glaube, der macht nichts viel. Wir sagen einfach, dass wir los müssen. Den reden wir dann quasi später noch. So. Das ist der Typ. So. Wer bist du? Na, das ist der Beatty. Beatty. Der schreibt uns einfach über das Graf an. So. Wir fragen ihn jetzt, ob er für den Kampf bereit ist. Und dass ich ihm, äh, helfe. Äh, dass er sich Kampf ready macht. Das bedeutet, der will von Tia essen. Und der will, äh, mit Bardock auch noch reden. Na, Bardock ist im oberen Viertel bei der Schmiede. Äh, kannst sie nicht verfehlen. Aber es kommt nicht jeder, der haue einfach so rein. Nur Levin entscheidet, wer noch rein darf. So, das ist ein Problem tatsächlich. Ähm, und wir sagen aber trotzdem, dass ich, dass ich die helfe. Also wir können aktuell nicht zum Schmied. Aber wir gucken mal, ob es trotzdem, äh, funktioniert. Weil, das ist quasi ein abgesperrter Bereich. Und bisher, ich muss mich quasi erst im Lager behaupten. Was für uns ja auch bekannt vorkommt aus RPG, äh, Games. Aus RPG, als Roleplay Games Games. Sehr gut, Maxim. Na. Kommt uns ja so, so ein Stück weit, äh, bekannt vor. So, wir gehen jetzt kurz hier hoch. Hier ist quasi, wenn immer so ein, äh, blaues Zeltlag ist, kann man theoretisch da pennen. Äh, hier ist aber nicht der Fall. Wir beklauen natürlich ja alles, ist ja klar. So. Oh, Betty, wenn ich an deine Oberarme denke, wird mir ganz schwummerig. Wir müssen uns bald wiedersehen. Heute Nacht überrasche ich dich in deinem Zelt. Auch jetzt könnten wir hier Sachen machen. Äh, machen wir jetzt aber nicht. Aber müsste man testen. Also, ich bin auch so einer, der, der, der dann absolut safe skammt. Mich stört das überhaupt nicht. Ich beklaue hier auch die Leute ein und kehr. Na, solange es keiner sieht. Ist es ja auch quasi nicht passiert. So, wir gehen jetzt zur Tia. Tia müsste hier irgendwo sein. Da, in dem großen, äh, Zelt hier. Tia, die ist nämlich quasi die Küchendame. Die will uns ein paar aufs Maul hauen. Aber wir fragen nach Essen. Die explodiert, wenn wir danach fragen. Aber ich kann ihr quasi anbieten, dass ich für sie jagen gehe. Und dann sage ich, absolut kein Problem. Hier hast du zehn Fleisch. Dann lacht die sehr natürlich. So, und jetzt können wir ihn fragen. Einerseits können wir unsere tägliche Mahlzeit abholen. Das heißt, sie ist quasi freigeschaltet. Jeden Tag können wir bei ihr free essen. Und Essen habt ihr ja gesehen. Ist ja übelgut. Ne, ist ein sehr gutes Healing. Es gibt sogar Essen, was ja, wie gesagt, zehn Prozent Max-Leben gibt und sowas. So, und dann holen wir noch für Betty das Essen. Mh, mh. So, das heißt, das haben wir jetzt bekommen. Und jetzt haben wir eine Auswahl. Dass wir jetzt Essen manipulieren können oder nichts tun können. Und wir manipulieren das. Oh, wir machen da so eine giftige Wurzel rein. Ich bin nicht dran. Entschuldigung. Äh, ich muss los. Erstmal müssen die beiden kämpfen. Dann darf ich. Also ich habe selber noch nicht gekämpft bisher. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Aber ich werde es mit die Quest jetzt so ein bisschen zu Ende bringen. Das bedeutet, wir reden mit dem Boy. Wir sagen, guck mal, wegen deines Essens. Wegen deines, äh, wegen deiner Waffe. Na, das bedeutet, wir können jetzt entsprechend auf die Punkte eingehen. Und jetzt könnten wir quasi sagen, dass wir dir normales Essen geben. Und wir können auch darüber reden, dass das Essen vergiftet wird. Na, wir geben ihm aber das manipulierte Essen. Der soll richtig leiden, der Boy. So, da steht zum Beispiel da. Ich soll dich sabotieren, damit Gra gewinnt. Das wäre zum Beispiel jetzt möglich. Na, hier, ich wette, du kriegst, du kriegst das nicht geäxt. Oh, warte mal. Was ist das denn? Oh, das kenne ich noch gar nicht. Warte mal. Das, 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 nee. Safe Scam. Wir gehen full Safe Scam. I don't care. Aber der Brief. Hat das jetzt gespeichert? So, jetzt ist das gespeichert. Wir reden mal über den Brief. Keine Ahnung, warum du redest. Wer ist das überhaupt? Du brauchst nicht so tun, als ob ich hab deinen Brief gelesen. Hm, was willst du jetzt von mir? Ich hab letztens mit jemand anderem gesehen. Oh. Oh mein Gott. Oh, wir können die richtig reinreiten. Wir machen das mal bei Volk. Ich hätte nie, ob sie hören sollen. Weißt du, Formaluna. Der Kodex verbietet mir, mich zu binden. Ich hab jetzt ignoriert. Und dann hinter geht's ihm. Ich bin ja selbst schuld. So. Ich bin mir, äh, ich bin ja auch wichtig. Manchmal täuscht man sich jedem im Leben. Wird rot. Was hab ich mir gedacht? Ich muss die vergessen. Diese Frau bringt nur Chaos. Sie wird nur bereuten, dass ich den Waren kriege, weil mich, äh, verdammt. Ich muss den nächsten Kampf denken. Okay. Wir geben dir noch einen Met aus, Alter. Ex den Honig. Den Honig mit. Geil. Kein Problem. Äh, dein was werden? Mein kleiner Aspirant. Ich bin der Krieger. Oh, das ist ja nett. Wovon redest du? Ach, vergiss es einmal wieder. Ist mir so rausgerutscht. Ich will auch so ein Krieger werden wie du. Ah, guck mal. Der kann mir Kämpfen beibringen. Äh. Okay, der lebt in der Arena. Sehr gut. Also, der ist besoffen. Sein Kopf ist voller, äh, voller Shit. Wegen der, wegen seiner Frau. Oder wegen der Geschichte der Frau. Ich hab's natürlich, ich bin natürlich ein harter, äh, Manipulator. Und jetzt gehen wir noch zu dem Versager. Okay, der Versager, der ist jetzt wichtig. Weil der, der verliert. Der verliert die ganze Zeit. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Underdog auch mal einen Win holt. Und der arbeitet hier tatsächlich. So, wer bist du? Das ist Gra. Gra hat nur ein Auge. Deswegen verliert er auch jeden Kampf. So, der fragt aber, äh, Oh, Shit. Das war falsch. Das war falsch. Ich wollte, äh, ich wollte noch mehr mit ihm reden. Ne, das ist, so ist das so. So ist das mit Maxi Markov. Das ist einfach, ich will das halt sehen. Ich bin ja neugierig. Man muss mit Konsequenzen leben. Das verstehe ich. Und ich will ja mit der Konsequenz leben, dass der Kampf manipuliert ist. Ich muss schon eine Entscheidung treffen. Aber ich will, dass die Entscheidung, äh, äh, gut durchkommt. Okay. So, nochmal. Also, wer bist du? Dann. Du hast deine Axt verloren. Wie das? So. Ich werde, hier, ich habe Sagna gefunden. Wo hast du die gefunden? Nee, der Ruin. Sie haben es von dem Diebe, äh, nicht weit geschafft. So. Hier, nimm sie. Schnapp die Waffe weg. Geil. Danke dir. Das werde ich nicht vergessen. Mit meiner Sagna bin ich, äh, perfekt vorbereitet. Okay. Sehr gut. Also, der ist schon mal ready. Die Frage ist, ob ich jetzt das Schwert für den brauche. Oder den, vielleicht kann ich auch ein übelst beschissenes Schwert kaufen. So, die Miranda kauft nämlich so, kann so Rüstungskramen. Vielleicht kann ich ja für ihn ein übelstes Kackschwert holen. Das ist eigentlich lustig. Oh, das ist aber auch übelteuer. Ja, wir gucken mal. Ob er halt das direkt vom Schmied will. Weil ich wäre eigentlich lustig, wenn ich sage, oh, das ist von dem und dem. Sackt aber, ihr Witz. So. Mhm. Okay. Also, ich nehme mal an, dass der jetzt ready ist. So. Ich will auf Betty den Kampf wetten. Ach nee, ich will auf Bettys Kampf wetten. Will doch nicht wetten. Warte mal. Also, wir gucken erst mal. Warte mal, ich muss erst mal mit ihr noch mal reden. Wir stehen die Chancen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es noch nicht ganz reicht. Grail ist wirklich kein toller Kämpfer und bin jetzt ein harter Hund. Brauche noch mehr Einfluss. Ah, okay, siehste. Das heißt, wir müssen da. Okay, der hasst mich einfach übelst. So, und hier ist das Problem. Ich muss hier in das obere Viertel. Ich kann theoretisch hier eine Karte kaufen für den Bereich. So, aber ich muss zum Schmied. Ich brauche Levins Erlaubnis. Okay. Mal gucken, ob ich mit dem Levi noch reden kann. Weil ich glaube, hier kann man nicht hoch, glaube ich. Da ist eine Rade. Ratten immer töten. Das ist ein Pestbringer. Don't do it. Oh, shit. So, da können wir uns hinsetzen. Keine Sorge, das ist nur ein Tuch. So, können wir noch mehr? Ne, wir können auch nicht mehr Infos rauskriegen. Also, der ist schon mal bereit. Aber der andere Typ. Der braucht leider noch seine Waffe. Ich weiß nicht, ob ich zu dem... Alter, was liegt hier rechts denn alles? Da ist ja alles super voll. So, das ist der Bernold. Das ist der Barmann. Fragen wir nach Neuigkeiten. Ja, ein paar Münzen bedienen. Oh, Ratten loswerden. Schlüssel der Kellertier. Öffnet den Zugang. Ziemlich düster da unten. Ja, dann los. Schlüssel passt. Oh, das machen wir noch schnell. Also, ihr seht, ihr kommt schnell von einem zum anderen. Und dann machen wir schnell... Also, das ist auch ein Klassiker, ne? Übrigens, Kisten, die schon so kaputt aussehen, könnt ihr noch zu Ende zerstören, sage ich mal. Aber die Kisten, die ganz sind, die nicht. Und auch die Fässer könnt ihr schon sehen. Die Vasen, die halten ein bisschen sehr wenig aus. So. Ja, die Kisten müssen schon so ein bisschen lost sein. Oh! Ach nee, warte, ich muss da bleiben. Boah, das war übel dumm. Ich habe vergessen, kurz vergessen, wie es geht. So, hier ist ein Wein. Ich kann solche Schlösser noch nicht knacken. Oh, no. Ja, hier nehmen wir alles mit. Wir klauen natürlich, so krass es geht. Ich hoffe natürlich, dass er das nicht mitkriegt. Das wäre sehr wichtig. Bruder, wie viele Rassen sind hier denn bitte? So, das ist alles durch. Ja, ich könnte es hier den ganzen Tag spielen, Leute. Aber ich habe jetzt gleich Meeting. Deswegen darf ich da nicht übertreiben. Und das Holz klauen wir dem natürlich auch noch. Ist ja klar. Okay, Tagebuch war aktualisiert. Klingt so, als wenn ich das gut gekleert habe. Und hoffentlich sagt er nichts. Was da unten potenziell noch fehlt. So, was darf es sein? Ich habe die Raden ausgeroddet. So, nebenbei das Beste ist ein ganz doofer. Oh, lol. Ja, mit dem Schlüssel. Du bekommst deine Belohnung. Geil. 150 XP wieder, ne? Also, das ist auf jeden Fall not bad. Kann man mitarbeiten. Ich würde euch jetzt gerne noch diesen Kampf präsentieren, Leute. Aber ihr seht schon, die rasten da aus. Wo ist denn Levi? Was hast du gedacht, ob du so respektiert wirst? Alter. Also, bisher finde ich die wirklich ganz so gefährlich. Na gut. Wo ist denn dieser Kilian? So, das ist ein normaler Hauer. Der rastert doch sowas aus, wenn wir zu seinem Bett gehen. Geh mal da rein. So, das ist Blunder. Und wo ist der Hagen? Du willst pennig da beim Bett. Also, wo sollte der Hagen sein? Ist gleich da vorne. Wir werden da nicht schlafen. Wir werden da 200% ausgeraubt. Also, das machen wir nicht. Willst du es, dann gebe ich es dir. Ne, ich bin gar nicht müde. Dann verschwinde meine Zeit auch nicht. Sehr gut. Also, never trust. Never trust. Lecken wir hier ins Lager? Wait. Nee, warte mal. Ich drücke die ganze in die falsche Teste. Ich buddel mich da durch. Ein Höhlenpil... Oh, shit! Also, ihr merkt die Welt. Ist ja absolut brutal. So. Gespräch, Ben. Okay, die Rattenplage habe ich gelöst, denke ich, oder? Guck mal ganz kurz nochmal. Ja, Ratten. Haben wir erledigt. Okay. Gut. Also, ich werde auf jeden Fall noch privat und natürlich hier auch im Stream weiterspielen. Aktuell, ich war sehr viele Games, die wir suchten müssen. Aber wir müssen auf jeden Fall noch Thronefall durchspielen. Diplomacy is not an Option. Ist so geil. Macht mega viel Spaß. Und jetzt hier das hier noch. Also, auch völlig verschiedene Games. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ganz große Empfehlung von mir. Also, es macht super viel Laune. Man kann hier so viel erkunden. Und ich muss auf jeden Fall gucken, wie ich da noch zu dem Schmied komme. Zeitlich ist bei mir aber jetzt eine aktuelle Katastrophe. Deswegen, wir sehen uns morgen mit irgendeinem anderen coolen Video. Und das hier ist eine ganz große Empfehlung von mir. Haut rein.